Ähm, hey Leute, ich bin's wieder, die Angie. Ich hab einen Erfahrungsbericht vorbereitet mit dem Thema, äh, die Stadt Bremen und warum die voll geil ist, weil Kultmirror da wohnt. Als erstes haben wir dicke Polizei-Eskorte gekriegt und sind dann mit unseren Bonzen-mäßigen Politiker-BMWs nach Bremen reingefahren. Ich musste erst noch aufs Klo, die anderen haben sich aber schon mal umgeguckt. Hallo, wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Oh ja, ich bin hier. Oh man, Bremen ist voll toll. Hey, hallo, oder moin moin, wie man in Bremen sagt. Ja, hallo, ja, ich freu mich. Hallo, du dumme Kuh. Guck mal, das ist voll schön hier, der Bremer Dom und so. Und der Busch. Ja, guck mal, hier sind jetzt die Bremer Stadtmusikanten im Hintergrund, aber die sind mega unspektakulär. Ja, wir sind ja zu viert, wir können die Bremer Stadtmusikanten nachspielen. Du bist der Hund und ich bin die Katze und, äh, ich bin das Hühnchen. Ja, ich dachte schon, der Esel. Als ich fertig mit Pipi machen war, sind wir alle zusammen in Bremen rumgestratzt und ich habe interessante Sachen erfahren. Hallo. Und es ist Kaus und Knipp und Grünkohl mit Pinkelwurst. Äh, ist in Pinkelwurst Pipi drinne? Oh nein, Pinkelwurst besteht aus Getreide und Fleisch. Bist du dumm oder so? Ach so, das wusste ich nicht. Sind das da Scharfschützen? Nein, wir sind Fotografen. Äh, das hier ist eine Kamera. Stellt euch doch mal alle in der Reihe auf. Wir haben uns in einer Reihe aufgestellt, aber die Polizei hat die Fotografen mitgenommen. Trotzdem hatten wir viel Spaß. Mickey Maus. Aber achte sie gar nicht, sie ist manchmal ein bisschen komisch. Hey, was macht ein Leprakranke beim Fußball? Er foult. Ich hab nicht zugehört, worüber lachen wir nochmal? Und am Ende sind wir in den Bremer Dom gegangen, weil wir sind ja CDU-Christen und so. Musste sein. Liebe Gemeinde, Jesus, der lustige Hippie wird uns von unseren Sünden befreien, die wir von einer Frau bekommen haben, die aus einer Rippe geschaffen wurde und die von einer sprechenden Schlange einen Apfel angeschnackt bekommen hat. Lasst uns beten. Lieber Gott, lass mich beim Wahlkampf gewinnen. Tschüss, deine Angie. Ja, das war unser schöner Tag in Bremen und mein Bericht ist jetzt zu Ende. Bis dann. Boah, sie hat Cold Mirror gar nicht erwähnt. Ich verzieh mich. Ciao.